Diese Mission erfordert von uns ein Maximum an Tarnung. Hallo! Jeden Tag sitzen sie da und warten. Aber wenn wir fort sind, steppt der Zwerg. Tengo un bonito Bar de Coconut. Wow. Julia. Gnomeo, du bist ein toter Zwerg, wenn mein Vater dich hier sieht. Mich sehen? Sehr witzig. Tarnung ist mein zweiter Name. Vom Regisseur von Shrek 2 und der Musik von Elton John. Wenn ihr im Frühling... Attacke! Oh, du bist ja ein pfefferliches Kerlchen. Noch nichts von hat. Wir trennen uns besser. Ruh an. Dann geht ins Kino und habt mächtig Spaß. Oh je, ich denke mir einen Filmtitel aus. Es ist nur ein Wort. Und es fängt an mit, ähm, Spider. Meinst du Spider-Man? Oh, ihr seid gut. Gnomeo und Julia. Ich kann nicht fort. Ich weiß, wie du dich fühlst. Nein, im Ernst. Ich stecke fest. Ich bin rebirth. Ich weiß, wie du dich fühlst. Untertitelung des ZDF, 2020